Hey Leute, es ist Kramix hier, was geht, der Paul Berger. Wir werden heute gemeinsam auf Instant Recruit Moments in Sports reagieren. Also auf Deutsch übersetzt auf Momente, die Sportler direkt bereut haben. Oder so Instant Karma direkt bereut, mäßig einen auf den Fails. Ich bin sehr gespannt, Leute. Wir starten rein in 3, 2, 1. Lasst ein Like und ein Abo da und let's go. Okay, eine weibliche Boxerin. Sie hat sie einfach geküsst? Bei dem Face-Off. Hat sie wohl nicht so gefeiert, den Kuss von ihr. Versteht sie gar nicht. Sie dachte, sie kann jetzt mit ihr rumlecken. Wenn dieser Hockey-Player, der aus dem Spiel ausgewählt wurde, accidentlich sich selbst ausgewertet hat, als er versucht, zu erzielen. Oh mein Gott. Idiot. Oh mein Gott, ist das dumm. Er hat sich halt einfach selbst in den Hockey-Stab davor gehalten. Der Sunk-Player in der Red-Team accidentlich managed to score an Overhead-Kick into his own net. Okay, also er macht jetzt einen Fallrückzieher in sein eigenes Tor. Oh mein Gott, wie lost. Aua, 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 aua. Aua. Mieses Schürfwunden. Oh nein, das kenne ich, das kenne ich. Nein, 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 nein. Mein Gott, er wird sich so sein Steißbein brechen. Oh mein Gott, aua, 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 aua. Oh oh, oh oh, die Kleine geht baden. Die Kleine geht baden. Oh mein Gott, die Arme. Das fährt halt gar kein Wort. Professionelle Kartfahrer. Oh nein, der Dummkopf. Er dachte, er gewinnt. Er macht schon Jubel und wird nochmal überholt. Also das ja auch wirklich maximal lost. Ah, den kenne ich auch. Oh mein Gott. Warum sind Menschen so dumm, ey? Warum sind Menschen einfach so dumm? Oh shit. Will er gegen das? In die Eier. In die Eier. Boah, was? Krasser Move. Während dem Werfen fällt ihm die Sonnenbrille runter und der Ball zerscheppert die. Krass, Junge. Oh oh. Das sieht so sehr instabil aus, das Bett. Oh mein Gott. Oh nein. Oh, fail. Fail. Also das ist quasi so eine Ballfrau, die den Ball immer wieder zurückwirft, so mäßig. Aber der, äh, ja, die hätte den halt natürlich noch nicht nehmen dürfen. Ihr Blick. Ich hab Scheiße gebaut. Oh oh oh. Sie, okay, sie freut sich, macht sie, 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 gest jubel. Und die ganze Ding kläppt zusammen. Oh oh oh. Bro, bro. Weg vom Gesicht. Weg vom Gesicht. Weg vom Gesicht. Boah, das war knapp, ey. Das ist aber, das ist auch so dumm, so eine Champagnerflasche zu öffnen. Das kann böse enden. Das kann ins Ohr gehen. Ist das dumm. Er macht ein Skateboard aus Glas. Ist das dumm, Digga. Ja, Digga, super Idee. Hat er einen Baseball in die Eier bekommen? Aua. Aua. Voll in die Kronjuwelen. Warum tragen die da eigentlich keinen, äh, hier? Wie sagt man? Tiefschutz. Was ist das für ein Sport? Das ist doch nicht Baseball. Was ist das? Wisst ihr wieder, was das ist? Cricket oder was? Den Snowboardfahrer mit so einem Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Da kam einfach ein Windstoß, das ihn so hochgezogen hat. Der hätte das Ding früher loslassen müssen, ne? Und jetzt muss er durchziehen. Alter. Überlegt euch mal, der hätte keine Kraft mehr und so. Vorbei. Der muss jetzt halt einfach hoffen, dass er schnell wieder runterkommt. Das ist jetzt so ein richtig Ding. Abwarten. Abwarten, abwarten. Okay, ich bin tief genug. Jalla. Hä? Warum spielt sie Baseball mit einer Krone? Was macht sie? Was ist das? Warum kämpft da eine Frau gegen einen Sumoringer? Was ist das? Was ist das? Bro, du kannst doch keine Frau boxen. Was ist das? Oh mein Gott. Er hat eine Affäre mit einer anderen Frau, küsst sie gerade und es wird im Fernsehen gezeigt. Bro, der Bruder. Der Bruder ist verloren. Sie hat eine Wassermelone übelst ins Gesicht bekommen. Die wiegen auch schon was. Aua, aua, aua. Alter, überlegt euch jetzt mit so einer Wucht eine Wassermelone ins Gesicht bekommen, dass sie einfach zerplatzt ist. Oh mein Gott, er jumped ins Wasser, high kommt. Der dachte auch, er stirbt jetzt, Digga. Die Bewohner von dem Haus haben gesehen, dass die Wand kaputt ist und haben dann auf den Kameras geschaut, was wirklich passiert ist. Lust, Digga. Er haut einfach auf. Schade. Tschüss. Und tschüss. Oh, da muss jetzt irgendwie ein Reh aus der Seite rausgesprungen kommen oder so. Oder ein Bär oder irgendwie sowas. Lol. Digga. Man hat das halt echt nicht gesehen. Meine Freunde, ich würde sagen, das soll es gewesen sein. Momente, die diese Sportler direkt bereut haben. Lasst gerne ein Like und ein Abo dauernd. Dann würde ich sagen, bis dann. Haut rein, Leute, euer Kramix. Bis dann. 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 Bis dann.